Wollen dann überhaupt noch alle in die Band? Sonst können wir uns das ganze Finale sparen, werden einige freiwillig aussteigen. Nein, ihr wollt alle, ich sehe schon, dann müssen sie jetzt ran. Diese Damen haben heute Abend den vermutlich härtesten Job der Welt und sie können mir glauben, ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht in ihre Haut stecke, denn sie müssen von diesen sechs bezaubernden Mädchen einige wieder nach Hause schicken. Wie viele, das werden sie uns hoffentlich gleich verraten, denn wer in die Band will, muss an diesen drei Türsteherinnen vorbei. Hier ist unsere Popstars 2015 Jury bestehend aus Bella Garcia, Miss Platinum und Stefanie Heinzmann. Liebe Jury, guckt euch diese Mädchen an, schaut wie schön sie lächeln. Wollen wir nicht einfach alle behalten? Am liebsten, ja. Am liebsten, ja, aber ich merke schon, heute Abend müssen unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Wie wird das Entscheidungsprozedere ablaufen? Also erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen ersten Song. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch zu gucken. Dankeschön. Die Mädels haben verschiedene Songs in verschiedenen Kombinationen für uns heute vorbereitet und es ist tatsächlich so, dass wir nach jeder Performance eine Entscheidung treffen werden. Wir haben jetzt wirklich sechs so tolle Finalistinnen. Ihr habt euch in den letzten Wochen unglaublich weiterentwickelt mit der Hilfe und Dank unserer wundervollen Coaches Pamela Felton, Gini Meier und Pepita Bauhard. Dankeschön dafür. Ganz toll. Ja, das Ziel war von Anfang an klar, wir suchen eine Band, aber wie viele Mädchen schlussendlich in der Band landen, das haben wir euch bis jetzt noch nicht verraten. Mädels, ihr seid jetzt noch zu sechst. Das ist unfassbar für uns, euch jetzt da zu sehen. Heute werden uns ein paar verlassen und die Band wird schlussendlich aus vier Mädchen bestehen. Also wir haben es gerade gehört, nach jeder Performance sofort eine Entscheidung. Noch habt ihr ganz kurz Zeit durchzuatmen. Nochmal einen großen Applaus für unsere sechs Mädchen. Ihr dürft jetzt in unserer Sofaecke Platz nehmen. Vielen Dank.